Ein Vernissage selbst ist eigentlich für mich anstrengend, eher. Also ich freue mich, dass Menschen meine Arbeiten sehen und mit mir sprechen drüber. Und ich mit ihnen drüber sprechen kann oder sehe, wie das Echo ist oder wie sie ankommen. Aber eine Vernissage ist für mich eigentlich eine Anspannung Arbeit. Das ist eine Anspannung. Ich mag Bilder sehr gern. Es ist für mich wichtig, mit Bildern zu leben. Aber ich brauche auch ein bisschen Weite. Also ich brauche auch eine leere Wand. Also ich brauche auch eine Leere Wand. Frage 9 Vielen Dank.